Prinz Harry möchte sich von Netflix-Dokumentationen zurückziehen und könnte sogar über eine Rückkehr zum Königshaus nachdenken, behauptet ein königlicher Experte. Prinz Harry möchte sich von der Produktion seiner Fernsehdokumentationen abwenden und könnte sogar über eine Rückkehr in den königlichen Kreis nachdenken, so ein königlicher Experte. Der Herzog von Sussex und seine Frau haben bereits mehrere Solo-Auftritte absolviert, da sie sich auf individuelle Projekte und Wohltätigkeitsprojekte konzentrieren. Prinz Harry wird nächste Woche einen weiteren Solo-Besuch in New York machen. Der königliche Experte Richard Eden behauptet, Palastquellen hätten klargestellt, dass Prinz Harry seine Wohltätigkeitsarbeit stärker verändern möchte. Wie in der Daily Mail angegeben, schreibt er, Palastbeamte sind zunehmend davon überzeugt, dass Harry seinen alten Lebensstil wieder aufnehmen möchte, als er das Gefühl hatte, seine privilegierte Position zu nutzen, um für gute Zwecke etwas zu bewirken. Er behauptet auch, eine Quelle habe ihm gesagt, Harrys Herz ist nicht bei der Fernseharbeit, das kann jeder sehen. Der königliche Experte deutet auch an, dass Harrys Abwesenheit im Trailer der Polo-Serie, obwohl er ein begeisterter Spieler ist, ein Versuch ist, sich von der Netflix-Szene zurückzuziehen. Im Trailer erscheinen nur sein und Meghans Name, in einem Produktionsabspann, der lautet, ausführende Produzentin, Prinz Harry und Meghan Markele, Herzog und Herzogin von Sussex. Eden behauptet, ein Höfling habe ihm gesagt, wenn der Herzog und die Herzogin von Sussex bereit sind, ihre Privatarbeit aufzugeben und ins königliche Leben zurückzukehren, wären sie herzlich willkommen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex veröffentlichen am 10. Dezember ihr neuestes Netflix-Projekt mit dem Titel Polo. Netflix gibt an, dass die Show weltbeste Spieler auf und neben dem Feld begleiten wird, während sie an der hochkarätigen US Open Polo Championship teilnehmen. Harrys und Meghans Debüt-Serie mit dem selbstbetitelten Titel Harry and Meghan war jedoch ein Riesenhit auf der Streaming-Plattform und brach mehrere Netflix-Rekorde. Prinz Harry sah seinen Vater König Charles das letzte Mal im Februar 2024, nachdem dieser seine Krebsdiagnose öffentlich bekannt gegeben hatte. Er flog für einen kurzen Besuch ins Vereinigte Königreich, um den König in Clarence Haus zu besuchen, blieb aber nur 25 Stunden in London. Die Spannungen zwischen Harry und Prinz William bleiben hoch, nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex in der Netflix-Doku-Serie eine Reihe von Anschuldigungen und Behauptungen über ihre Zeit in der Firma enthüllten. Harry sah William das letzte Mal im August, als er ins Vereinigte Königreich reiste, um an der privaten Trauerfeier seines Onkels, des verstorbenen Lord Robert Fellos, teilzunehmen. Beide Prinzen nahmen diskret an der Beerdigung in der St. Mary's Church in Norfolk teil, um dem Schwager von Diana, Prinzessin von Wales, die letzte Ehre zu erweisen. Das Wiedersehen zu Ehren ihres Onkels hat die Kluft zwischen Prinz Harry und Prinz William anscheinend nicht überbrückt, denn ein Einheimischer behauptete, sie seien nicht dabei gesehen worden, wie sie miteinander sprachen, und hätten während der Trauerfeier Abstand gehalten, wie Dessan berichtete.